CleanCut von Mitch. CleanCut, wie der Name schon sagt, sorgt für ein sauberes Finish. Mit CleanCut hast du die Möglichkeit einen mittleren Halt in dein Haar zu bringen und es trotz allem immer wieder neu zu frisieren. Du kannst mit deinen Fingern nochmal durchgehen, du kannst mit der Kamm, mit Bürste immer wieder das Haar so hinformen, wie du es sehen möchtest. Es gibt allerdings diesen mittleren Halt und somit hast du auch die Kontrolle, gerade bei einem festeren Haar, bei einem sehr strukturierten Haar ist immer wieder unter Kontrolle zu bringen. Es ist ein großartiges Produkt, es gibt dir auch einen mittleren Glanz im Haar, es ist nicht zu viel Glanz, aber auch nicht ganz matt und somit ist es so in der mittleren Schiene einfach angesiedelt. Sehr flexibel, mittlerer Halt und sehr viel Freiheit in deinen Looks. Das alles gibt dir CleanCut.